Was geht ab, Leute? Euer Frapsys hier. Ich hab den Shop um wenige Sekunden verpasst. Ich heul gleich. Wir haben einen, nur zwei. Ich habe es verpasst. Aber, Freunde, keine Sorge. Wir werden uns trotzdem den Shop anschauen. Aber bevor es da überhaupt losgeht, checkt natürlich gerne die Videobeschreibung ab, Freunde. Da kommt ihr nämlich direkt zu meinem Partner Instant Gaming. Da könnt ihr nämlich easy-peasy hingehen. Könnt euch Playstation-Karten, Xbox-Karten oder sonstige Game Keys gönnen. Innerhalb von zwei bis drei Minuten wird das Ganze geliefert zu wild, Freunde. Schaut da gerne mal vorbei. Jetzt erstmal genug, ihr Quatsch. Checken wir mal den Item Shop aus. Oh, neue Skin ist am Start. Neue Lackierung ist am Start. Und neue Spitzhacke ist am Start. Okay. Fangen wir mal bei den Sachen an, die gestern bereits schon drin gewesen sind. Und zwar Hexerei. Könnt ihr selber mit uns sehen. Gibt es einmal diesen Skin hier. Es hat zwei unterschiedliche Versionen. Die kann man halt ingame auch umändern. Genauso wie ihr es gerade gesehen habt. Mit einem Rückenaccessoire. Mega geil. Gestern habe ich die Spitzhacke vergessen, Freunde. Der Hexologie-Hacke. Auch ganz in Ordnung, aber nicht so krass. Aber ich habe sie mir trotzdem gekauft, weil sie ja irgendwann selten sein wird. Weil sie ja dementsprechend nicht... Ja, so... Also das ist ja ein Halloween-Skin. Ein Jahr wird es höchstwahrscheinlich dann nicht mehr drin sein. Passend dazu haben wir die Per-Hex-Lackierung. Könnt ihr sehen. Mega geil. Finde ich eigentlich ganz cool. Oh, Moment. Da hatten wir nochmal was. So. Stab des Zauberbands. Und Delirium. Er ist auch da. Also, ja. Also heute sind schon die ein oder anderen Skins drin. Dann haben wir Haze wieder am Start. 1200 V-Bucks. Würde ich euch auf jeden Fall empfehlen. Mit der Sternenwuchtspitzhacke, die ich auch ganz in Ordnung finde. Eigentlich für 500 V-Bucks. Heute auf der rechten Seite haben wir die Arctus Assassin, die wir sehen können. 1200 V-Bucks. Ich sag's euch, wie es ist, Freunde. Dieser Skin nervt ein bisschen langsam. War schon recht oft drin gewesen. Um genau zu sein, Freunde. War da schon über 80 Mal drin. Und zuletzt vor 43 Tagen. Also es ist auf jeden Fall schon ein Stückchen, würde ich mal sagen. Ist schon krass. Naja. Dann haben wir hier diesen Zisch-Emote. Vor 55 Tagen war er drin gewesen. Ist nicht so wild, aber ich find's einfach cool, dass es so animiert ist mit dem Feuer und so weiter und so fort. Hier haben wir den Bruder-Commando-Skin. 31 Mal war er im Shop schon. Aber auf jeden Fall ein Skin, der sich gerne blicken lässt und sehen lässt. Feier ich persönlich auf jeden Fall. Ist ganz cool eigentlich. Krabben-Emote ist da. Zuletzt vor 44 Tagen gesehen. Mega geil. Beat ist geil. Alles drum und dran ist geil. Knochenschale ist auch noch drin, Freunde. Nicht vergessen zu kaufen. Finde ich auf jeden Fall mega geil. Feier ich unnormal, dass er skiniert so hier in den Shop gekommen ist. Dann haben wir heute eine neue Lackierung. Wolfsjäger sieht übertrieben säftig aus, Freunde. Ist auch leicht animiert, muss man sagen. Ganz hinten irgendwie sind so Blitze. Irgendwas ganz komisches. So ein leichtes Leuchten. Schwer zu erklären. Aber schaut unnormal cool aus. Real Talk, Freunde. Real Talk. Mega geil. Wird sich hier auf jeden Fall gegönnt. Heute haben wir eine neue Axt am Start. Ja. Jetzt haben wir die Season 2 Axt. Finde ich ganz cool. Auch mit dem Wolf hier. Echt zu sehen auf jeden Fall. Nice. Kann man sich gönnen. Große, böse Axt. Babaname. Wolfskäppchen haben wir auch am Start. Die sieht ja mal übel geil aus. Haben wir einmal mit und einmal ohne Hut. Okay. Mit. Also mit, ohne. Also ohne finde ich schon geiler. Wobei mit hat auch ein bisschen was. Ein aller... Der Skin ist echt cool. Den werde ich mir gönnen. Rückenaccessoire auch. Den können wir uns auch nochmal ganz kurz anschauen. Rückenaccessoire. Sieht so aus. Ist jetzt nichts Wildes, Besonderes. Aber hey. Ist mit dabei. Was ist mit den Haaren passiert, Bruder? Muss los? Huch. Huch. Irgendwie verpackt. Naja. Was wir machen, Freunde. Soviel hier zum Shop. Trag gerne meinen Support-O-Creator-Code ein. Würde mich natürlich mega unterstützen. Und natürlich auch mega freuen. Wir checken jetzt in Ready-Develop-Modus ab. Und schauen, ob wir dort etwas Neues erhalten haben. Ganz kurz, Freunde. Ich möchte mich auf jeden Fall nochmal bedanken für das gestrige Video. Dass ihr da so viel Liebe da gelassen habt. Mega, mega korrekt. Das mit diesen kostenlosen Items. Kostenlosen Skin. Heute, morgen. Also wenn ihr das Video sieht. Morgens wird noch ein Video online kommen. Beziehungsweise mittags. Wo ihr einen kostenlosen Spray bekommen könnt. Da solltet ihr auch auf jeden Fall up-to-date bleiben. Da werde ich euch dann informieren. Direkt, sobald es geht. Und dann würde ich sagen. Erstmal genug gequatscht. Machen wir hier kurz einen Cut an der Stelle. Und checken ab, was im Ready-Develop-Modus so ist. So, Freunde. Im Ready-Develop-Modus haben wir das Legendere Tollschatz-Dama. 500 V-Works. Ja. Ist okay. Ist okay. Muss aber jetzt nicht sein. Es ist nichts Besonderes drin bei mir jetzt in dem Fall. Hier ist weiterhin alles gleich geblieben. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Wenn euch das Video gefallen hat. Lasst mir gerne mal einen Daumen. Und auf die Seite. Und die Glocke zeigt mir. Ich werde dann noch raus von der Autorin. Geben immer schweig,ibschötzsch row. Ich wardläuig.